Bienchen, Bienchen an der Pflanz, wer ist die fruchtigste Erdbeer im Land? Ist es Alba in ihrer weißen Blütenpracht oder Ruby, die uns in Pink entgegenlacht? Das Bienchen begeistert und kurzerhand wurden die Erdbeeren vom Gärtner zur Gartenpflanze des Jahres ernannt. Ruby und Alba, die Erdbeerprinzessinnen. Direkt vom Gärtner. Begeisterung, die wächst.